so neuer versuch vielleicht lieber nicht zum hotspot oder weiß nicht aber was ist hier kein hotspot ja gut also nur die lodge war jetzt ganz geil ne eigentlich aber ja das ist jetzt wahrscheinlich zu nah dran ja komm wir gucken einfach mal ach nochmal da ja komm probier uns einfach wir probieren es einfach leute jetzt hätte ich noch gesagt dieses wading woods ja wie sieht es aus ich komme auch mal geflogen okay hier ist auf jeden fall einer okay ich seh den über uns naja gott ich finde zwei mein schild krank aber ich höre bis jetzt noch nichts was sehen wir jemand laufen hören oder so doch ein habe ich hier gesehen hundertprozentig ja vielleicht hat er oben bei diesem torm gelandet weißt du ja ja kann sein ich habe hier noch eine mg für dich ja die habe ich gebaut du traust dich nicht darunter durch zu laufen obwohl man weiß dass nichts passieren wird man traut sich einfach nicht so wie sieht es aus mit dem zöhnchen das kann ich so nicht auf mich sitzen lassen da muss noch da muss noch die kiste geholt werden die muss geholt werden leute die bleibt hier nicht so okay was haben wir hier schönes ich habe für dich noch so ein trank ja den trank habe ich gerade gefunden den kannst du auch gerne zu dir nehmen wenn du willst du hast schon ja nimm ruhig nimm ruhig mach ruhig voll so nice man oder ist ja noch eine falle schön nehme ich gerne mit noch eine kiste was ist denn hier los sind drei fette kisten drin alter was zum teufel man kannst du hier den slap juice noch mitnehmen ja so fall jetzt gebaut alles klar nice so dann wollen wir doch mal die zone sehen wir auch wollen wir gucken ob wir den da finden beim turm also einfach mit dem turm hingehen ja wir können mal vorbeischauen ja hast du gesehen wie der da gelandet ist nee ich auch nicht deswegen hey was ist das denn hier ach schade hattest du jetzt eine secret hülle gefunden ja ja das kenne ich hmm hmm guck mal jetzt schon 51 leute nur noch weißt du sie krass einfach aber du müsstest ihn ja gehört haben wenn hier einer gewesen wäre oder können wir gleich gucken ob die kiste hier schon offen ist ja ja ist sie echt lol ja ok jetzt ist halt die frage wo ist er hingegangen ne ja vielleicht sehe ich ihn ja schau mal schau mal wo die dreck sau ist kann auch mal 4 kills gehen ob wir welche finden oder ja ja aber nochmal irgendwo ich meine also ich weiß ja nicht hast du irgendwie eine sniper oder so ne ja ja gut aber wir haben jetzt auch keine scheiß waffen oder was hast du denn für waffen ja ich hab ne skar ja siehst du mal geht doch geht doch voll klar wir können auch gucken ob wir welche finden ja eben der hüpft hier rum vor freude eh geil so war er hier vielleicht ist er hier noch vielleicht da vielleicht auch nicht hä was hier denn passiert alter lol ein transformer mann mit dem stock wo was zum teufel alter hier ist einfach so ein so ein transformer was ok komm wir schauen mal ganz natürlich auf die prime ganze zack shit oh ja MediPig brauchst du MediPig? äh hab ich noch nicht ne kiste 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 ey ne wieder runter gefallen warte oben kiste oh kiste oh lol toll richtig krasser wow weißt du da hast du so fette goldkiste also war das sonst was und dann kommt da so ein müll ach ja egal besser als nix naja gut das war ja gerade eigentlich nichts stimmt ich hab nichts gesagt so diese munitionskästen immer ne ja die sind nice man gold wert alter weg das ist meins das ist meins und was gebe diesmal oh salve schön dein Lieblingswaffe ne ja diese dreischusswaffe ich hasse die so sehr ne ich hasse die einfach extrem so wollen wir mal gucken hier können wir hier ist noch eine nächste city da können wir mal reingehen ja durch dieses slurp schlusses bekommen wir ja 25 leben glaube ich oder diese 25 leben dazu ja genau aber ich glaube wenn du das auch einnimmst wenn du eine full life hast bekommst du 25 rüstung dazu aber du hast sie du hast sie ne ja ja du kriegst rüstung dazu ja ja wenn du die beiden einnehmen willst du hast auch 100 rüstung ok glaub ich zum du nimmst einen ein und dann nimmst du den nächsten danach ein ja kann ich aber nicht so wen aber sonst nehme ich die koste mit nein gib mir die her gib mir her Nimm lieber den Slurp Shirts den Slurp Shirts nur so lang mit Slurp Shirts Slurp Shirts ok links können wir natürlich schauen ne mal lass mal links hier Mist der Gelder ah da ist einer auf dem Dach Südwesten der hat uns gesehen hat uns gesehen Südwesten hinter diesem Kasten hinter diesem Kasten ok der hat uns gesehen ich glaub der hat ein Visier sonst wird er nicht so eng der hat mir der Sniper auf mich drauf geschossen oh geil der andere hat auch einen Sniper was denn da los was beide ja sind die beide oben auf dem Dach ja ne das noch einer von der Seite von über uns lol ich hab nicht genug Materialien um zu bauen fuck 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 so hab glaub ich die bauen sich komplett ein die Wichser ja ich hab von beiden Seiten geschossen oh shit man ich komm zurück ich komm zurück also einer ist zu oben an diesem Tower ok save einer ja der Pusch gerade ran ne baut sie auch da was auf ich lauf mal kurz hier rum ich lauf mal kurz hier rum äh die vom Dach schliessen die weniger auf der Trupp wo ist er denn? hier oben hier sehe ich was gebaut vorsicht vorsicht da seit links sind sie ok die bauen sich gerade wieder die bauen sich gerade wieder nice eine Tower oh fuck nice super sehr geil sehr geil sehr geil Sniper ja nice gut gemacht haben die irgendwie äh die haben glaub ich ne Sniper links ja ja ähm oh die haben sogar noch eine hier ich glaub das wechsele ich mal ok pass auf die angebaut oh mein Gott sind die finanziert haben die dich getroffen oder was? ja die die lauf nach der Zeit mit äh geduckt hoch runter hoch runter ok ok ich werd mir ich werd mir noch was reinballern hast du noch so ein Slurp? kannst du mir ah ne auch selber hast du Medikid? ne hab ich nicht oh fuck ok 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 jetzt ohne sind wir drin ne? ja alles klar ok ich kann mich leider nicht mehr weiter auffielen auch nicht ok wir kriegen das hin Sniper wir machen das schon oh zwei Drops die sitzen da immer noch an der gleichen Stelle ja schön aufs Sniper schön aufpassen ich geh grad zum Zirkel ok warte komm auch noch komm auch noch hast du die noch im Blick? ne ne? ja jetzt wieder ok ich versuch von hier oben ran zu kommen die spielen aber auch auf leul waaaas der durch die Mauer durchgeschossen alter oh nein man ja ich versuch sie im Blick zu halten aber oh mein Gott die sind sehr gut positioniert oh nein da kommt jetzt einer von hinten fuck oh leul ja ich sehs gerade der ist nicht bei mir lang ah die aimen ja hier drauf ich krabbel hier unten ich krabbel hier unten was ist das Problem hast du noch Materialien zum Einbauen? warte 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 mal ok ähm Achtung Achtung ne in Norden waren die auch da sind sie immer noch in Norden die gucken gerade auf dich gucken gerade auf dich Norden 15 ja bleib doch bleib doch bleib doch ok ok aber ist nur Holz ne das weißt du ja ok wo ist hier in Norden? wo ist hier in Norden? wo war das denn in Norden? äh weil rechts von uns war jetzt auch ein Sniper Schuss das war aber nicht auf uns ne? ne ne also der war genau in Norden ja einer ist aber im Osten noch wow ist er auf diesem Sniper-Turm oder so? ne ne das ist zu weit weg der ist hier im Osten direkt hinter dem Hügel muss das sein ok die aus der Stadt müssen raus der schießt hier direkt hinter dem Hügel alter können wir den holen? warte ruhig 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 ne ja ich seh die da unten kämpft waren die das? ah da unten am Schubel ja hier unten ist ja da ist aber noch einer weiter hinten durch ne Leute Leute von hinten von hinten Werke oh fuck oh fuck oh fuck ich muss mich aufhelen ich muss mich aufhelen oh mein gott der hat mich gesniped komm herunter ja der kommt 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 mit der shotgun der kommt mit der shotgun law nice alter alter Ich habe da keine Muni mehr. Okay, ich nehme die Sniper. Ich werde auffallen. Ja, ich nehme mir das mal eben. Oh mein Gott, 120 ist einer. Nicht schießen jetzt, Alter. Nicht schießen. Nee, ich heile mich. Ich muss mich auch heilen. Ich muss mich auch heilen. Bloß nicht schießen, Alter. Nein, der hat uns jetzt, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Alles klar. Schießen? Nein, warte, warte, warte. Wir sind überhaupt nicht safe gerade. Warte mal kurz. Ah fuck, der hat keine Muni. Ich brauche noch Großkaliber. Der wird bestehen. Jetzt sieht er uns, jetzt sieht er uns. Okay, lass uns weg, lass uns weg. Lass uns hier hoch. Erstmal. Aber lass uns hier. Können wir stacken, eigentlich? Ist außer der Zone. Ich sehe den nicht. Jetzt ist er innerhalb. Ne, wache. Wo ist der denn? Ich weiß nicht, wo der ist. Äh, Osten. Vorne jetzt irgendwo in den Bäumen. Ah ja, der baut sich da hoch. Der ist weiter links. Straight Osten. Oh lol. Jo, ich sehe ihn. Der ist genau Osten. Ah ja. Am Baum mit drin. Weiter links. Der ist weiter links gelaufen. Ja, ja, ja. Der ist jetzt wohl drin. Okay, Vorsicht. Muss hier ja irgendwo sein. Warte mal, ich baue mich hier hoch. 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 Alter, wegen dem fucking Baum, oder was? Oh, lol. Da vor uns ist einer. Ne, das ist Loot. Das ist Loot, alles klar. Okay, links. Nordwesten ist Drop. Heilung. Links wird gebaut. Südwesten. Jo. Der ist runtergefallen. Wollen wir holen? Ne, ne. Okay. Ich mache jetzt hier Wand hin. Der ist jetzt... Der kommt jetzt über die Straße. Der ist jetzt hier vorne links. Da, wo wir gerade waren. Der zieht auf uns. Ich habe keine Waffe. Links, 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 der ist weiter links, der ist weiter links. Lass mal, lass mal, lass mal. Auch so rumzuhren, Alter. Ich habe das jetzt aufgenommen, leider. Egal. Okay, sind wir drin, ja, ne? Alles klar, hier ist scheiß. Wir müssen irgendwie was bauen, Seifels, Alter. Ja, vielleicht auch die Bäume rauf. Ne, das ist kacke. Du kannst dich nicht weiter bewegen. Äh, was? Rechts von mir, rechts von mir, rechts von mir, rechts von mir. Der ist genau rechts, genau rechts. Genau am Häuschen. Der ist... Auf ihn. Heiß. Bone. Oh, mache ich halt. Hier wollen wir vielleicht, wollen wir vielleicht in Richtung Hügel gehen, Alter? Äh, ja. Weil ich glaube, hier seid es ein bisschen strange, Alter. Ich halbe mich kurz, ne? Ja, guck mal, ob der irgendwas hatte. Ich glaube, der hat auch einen Sniper gehabt, oder so. Okay. Sag mal, wenn du ready bist. Jo. Okay, in Norden bauen welche, 15 Grad, ungefähr. Okay, go. Ja, da wird gebaut. Vorsicht, vorsicht, vorsicht. Da kämpfen welche? Ja, lass die mal kämpfen. Ich hab halt keine Materialien, nur Holz. Hm. Die haben uns schon gesehen. Vorsicht, 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 vor uns, vor uns. Soll ich die weg sprengen, Alter? Tobias. Sind die, die sind... Oh ja, oh, okay. Vorsicht, 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 vorsicht. Ja, oder hinterbauen sie auch nicht. Da ist aber noch einer drin, ne? Ich weiß halt nicht wo. Vorsicht, 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 vorsicht. Da ist irgendwo noch ein Sniper, ne, 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 der war... Okay. Also hinten ist ein Sniper, an dem anderen Gebäude. Ja. Wo ist die Olle, Alter? Die muss hier irgendwo sein. Geht da an. Wo, wo, wo? Ne, Olle drin. Doch, da ist eine Olle drin. Die, die sagt Necke. Lol. Die ist jetzt gefangen, unten, unter der Treppe. Nix, unter der Treppe. Lol. Okay. Ah, hinter mir, hinter mir. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, ja. Am Baum, zocker, auf dem Hügel. Ah, schade, Mann. Schade. Du hast echt sehr gut gespielt, Mann. Die, 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 die Untertitelung des ZDF, 2020